Musik Hallo, mein Name ist Drüge Akbüld und ich kandidiere für den Integrationsrat der Stadt Essen. Ich möchte, dass alle Kinder und Jugendliche das Recht auf gutes Aufwachsen unabhängig von Herkunft, Religion, Geschlecht und sozialem Status haben. 13. September, SPD wählen. Mein Name ist Jens Wilkens und ich setze mich für das kommunale Wahlrecht aller Essener Mitbürgerinnen ein. Mein Ziel ist es, die Partizipation aller Mitbürger zu schaffen. Ohne das Wahlrecht ist alles nichts. Deshalb am 13. September, SPD wählen. Hallo, mein Ziel ist, Brücken zwischen den Kulturen zu verstärken. Am 13. September, denke ich an die SPD und die SPD. Mein Ziel ist es, die SPD wählen. Ich bin Nisana, bin 20 Jahre alt, aus Essen und kandidiere für die SPD, für den Integrationsrat der Stadt Essen. Mein Hauptthemen-Schwerpunkt ist gebührenfreie Kita und Hochschule, weil ich es als richtig empfinde, dass jeder die Chance hat, in einem Bildungssystem das zu erreichen, was er möchte. Ich kandidiere für den Integrationsrat, weil ich mich für Klima- und Umweltthemen einsetzen möchte. Ich bin davon fest übersorgt, dass die ökologische Bildung ein Grundstein einer demokratischen Gesellschaft ist. Wir warten auf 13 Eylül und Ihre Unterstützung. Viele Menschen erleben immer noch Rassismus und Diskriminierung im Alltag. Es wird Zeit, dass wir dem Rassismus endgültig die Rote Karte zeigen und gegen Vorurteile und Diskriminierung vorgehen. Wir leben im Jahr 2020 und nicht mehr in den 40er Jahren. Sie füßt der SPD. Merhaba, bin Gönül Arslan Mengen. Meine Arbeit ist, dass ich für die Erkwärmung und die Erkwärmung aus der Erkwärmung kommen. Ich bin Kenneth Nassel-Nagime, Mitglied der SPD. Ich kandidiere mich für den Integrationsrat der Stadt Essen. Ich setze mich für mehr Zusammenarbeit mit demokratischen Migranten Organisationen ein. Please vote for the SPD on the 13th of September 2020. Vote le SPD le 3 September. Die Mirven. Meine Name ist, dass ich von China aus der Schweiz. Ich bin seit Deutschland. Ich bin seit 30 Jahren in Deutschland. Ich bin seit 30 Jahren. Meine Sprache ist, dass ich in der Schule und der Arbeit machen. Ich bin alle Menschen mit den Gelegenheiten. In der 9月 23日 in der SNIntegrationsraten-Nagime, die SPD-Fraktion zu wählen. Vielen Dank. Wir sind SPD-Fraktion. Untertitelung. BR 2018